Giotto di Bondone, geboren um 1266 und gestorben 1337, gilt neben seinem wahrscheinlichen Lehrmeister Cimabue als einer der bedeutendsten und prägendsten Künstler der frühen Renaissance in Norditalien. Nach seiner Ausbildung erhält Giotto vom Rat der Stadt Padua den Auftrag, die von Enrico de Liscovigny erbaute Arenakapelle mit Fresken auszugestalten. Die schlichte architektonische Anlage des Innenraumes lässt ihm dabei alle künstlerische Freiheit. Giotto unterteilt das Kapellenschiff in 38 regelmäßige Felder über einem Sockelband am unteren Teil der Mauer. In dieses architektonische Element imitierende Band hinein malt er in monochromer Gestaltung Figuren, die allegorisch verschiedene Tugenden und Laster darstellen. Darüber erzählt er in drei übereinander angelegten Bildreihen die Geschichten von Anna und Joachim, den Eltern Marias, sowie nachfolgend das Leben Marias und ihres Sohnes Jesus. In einem Zeitraum von gut zwei Jahren entstehen bis 1306 aus Giotto's Hand mehr als 100 Szenen aus dem Leben der Heiligen. Die Beweinung Christi selbst ist in der biblischen Geschichte so gar nicht enthalten. Nach der Kreuzabnahme wird in allen Evangelien der tote Körper unmittelbar beigesetzt. Erst im 11. Jahrhundert entwickelt sich die Szene in der byzantinischen Kunst als Motiv. Vielleicht um dem Betrachter die grundsätzliche Menschlichkeit der Emotionen der aus dem biblischen Kontext bekannten Figuren näher zu bringen. Giotto gruppiert für seine Beweinung Christi die Figuren vor einem schräg abfallenden Berg. Die so ins Bild eingeschriebene Linie, der normalen Lesrichtung von rechts oben nach links unten entgegenlaufend, führt den Blick des Betrachters auf die Gesichter des toten Jesus und seiner ihn im Arm haltenden Mutter, zu erkennen an ihrem blauen Gewand. Sie hat seinen Oberkörper auf ihren Schoß gebettet. Die Füße werden von Magdalena, die Arme, durch eine weitere Frau gestützt. Eine weitere Rückenfigur verdeckt die Leibesmitte. Rechterhand wenden sich drei Männer dem Toten zu, wohl Johannes, Josef von Arimathea und Nicodemus. Am linken Bildrand drängen weitere Personen in das Bild und zum Geschehen hin. Im Kontrast zu der annähernd horizontalen Linie, die der Leichnam Christi bildet, stehen die vertikalen Linien der Umstehenden sowie die Blickrichtung der die Szene betrachtenden Personen. So wird durch reale und virtuelle Linien der Blick auf die Trauer einer Mutter um ihren Sohn geleitet. Neben diese lineare Kompositionsstruktur setzt Giotto eine weitere subtil raumschaffende, auf elliptischen Formen fußende, stereometrische Anlage. Diese verbindet zunächst einmal in verschiedenen Raumhöhen die Gruppe der Engel und schafft so zwei vertikal verteilte Ebenengruppen. Auch die um Christus herum platzierten Figuren werden durch Ellipsen verbunden, einmal in einem größeren Kreis in den Sitzpositionen, einmal enger im Kreis der zu Jesus gewandten Köpfe. Zugleich wird hiermit auch um den Leichnam herum ein intimer, ein innerer Zirkel geschaffen, in den der Apostel Johannes in so trefflicher Pose von außen hinein zu blicken trachtet. Zwischen dem oberen und unteren Bildraum besteht durch die Figurenverteilung ein deutliches Ungleichgewicht. Die sich dicht auf dem Erdboden drängenden menschlichen, irdischen Figuren besitzen deutlich mehr Schwere als die über allem schwebenden ätherischen Engel. Dies scheint die Szene eher an das Irdische, an die Welt des Betrachters, denn an eine himmlische Unerreichbarkeit heranzurücken. Giotto bemüht sich darum, mit den Stereotypen Traditionen der byzantinischen Ikonografie zu brechen, indem er den Figuren eine tiefe Emotionalität verleiht. Die Körper wirken monumental, in ihrer konzentrierten und angespannten Haltung beinahe skulptural, lassen den Betrachter dabei aber auch ihre ausdrucksstarke Gestik und Mimik umso stärker die Dramatik der Szene spüren. Die Figuren der Arena-Kapelle erleben die verschiedenen Szenen vor einem unbewegten, tiefblauen Himmel. Bemerkenswert daran ist, dass vor dem Entstehen von Giotto's Freskenzyklus der Himmel in der Malerei selten blau dargestellt wurde, die Farbe blau überhaupt nur äußerst spärlich zum Einsatz kam. Giotto aber wollte den Betrachtern seiner Werke das Gefühl der Tastbarkeit und der Raumtiefe, also den Eindruck von einer physischen Welt vermitteln. Er wandte sich deshalb mit der Zeit vom in der byzantinischen Kunst üblichen Goldhintergrund ab. Konsequenterweise machte Giotto auch die ersten ernsthaften Versuche, perspektivische Verkürzung in den, auch dies eine Neuerung, angelegten Landschaften und Gebäudedarstellungen zu nutzen. Jede seiner Szenen versieht er mit architektonischen oder, wie bei der Beweinung Christi, mit natürlichen Elementen, die gezielt als Gestaltungsmittel zum Erzählen dramatischer Effekte eingesetzt werden. Giotto verleiht so seinen Werken eine psychologische Wirksamkeit, die in einer kleinen Kapelle im norditalienischen Padua bereits so früh das Herannahmen der Renaissance ankündigt. Ein ganzes Jahrhundert, bevor es dann wirklich soweit ist. DasselER Karlsruhe Kühle Karlsruhe Karlsruhe Anneke